Vielen Dank, also wirklich vielen, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, die Herren. Diesmal ist der Grund Ihres Besuches noch unerfreulicher. Das kann man wohl sagen. Bitte, nimm Sie Platz. Danke. Bitte. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein. Ja, Dürien. Ich gebe zu, ich war nicht gerade ein ausgesprochener Freund von ihm, aber... So was wünscht man ja keinem. Ja, wir haben alle Jäger vernommen. Alle haben gesagt, dass sie sich nur auf den Bock konzentriert haben. Was links oder rechts passiert ist, war angeblich außerhalb ihres Blickfeldes. Das wird schon so sein. Sind Sie auch Jäger? Nein. Ich hasse es, auf Tiere zu schießen. Trotzdem waren Sie bei der Jagd dabei. Als Zuschauer. Ich bin spazieren gegangen. Hinter der Schützenlinie. Deshalb kommen wir auch zu Ihnen. Sie mussten sich ja nicht auf den Bock konzentrieren. Sie hatten ja genug Zeit, die ganze Jagdgesellschaft zu beobachten. Das ist richtig. Haben Sie da irgendwas bemerkt, was uns weiterhelfen könnte? Irgendetwas Ungewöhnliches? Hat sich jemand sonderbar betragen? Ich meine, anders als sonst. Nein. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich war ja nur ganz kurz da. Ich bin gleich wieder weggegangen. Die Ballerei habe ich mir erspart. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich mag sowas nicht. Nein. Ichkk... Ichbitte! Untertitelung des ZDF, 2020